Warum bringst du mich nicht zurück zu Mali? Da sind wir wieder. Bezweifle ich. Genießen wir gerade die Stimmung, diese Grafik, das Aussehen des Spiels, trotz einer Apokalypse, kann alles so wunderschön sein. So geil. Okay. Da liegt was. Yes. Wo gehen wir jetzt am besten lang? Wir müssen da hinten lang, würde ich sagen. Ich habe Angst, dass ich was verpasse, aber ich glaube, hier ist nichts großartig zum Sammeln und Liebhaben. Deshalb gehen wir einfach mal geradeaus. Wir haben jetzt unser Jagdgewehr mittlerweile. Gott sei Dank, ey. Das beruhigt mich, dass ich das toll habe. Mehr Munition wäre aber awesome, das. Was denn? Ich meine, echte Blühwürmchen. Ja, das sehe ich. Sorry. Ich... Ich musste das einfach tun. Alles gut, Ellie. Du bist auch nur ein Kind. Guck mal irgendwo rein? Nee, sieht nicht so aus. Naja, aber wir brauchen sicher das Brett, was hier steht. Wusste ich's. Ich glaube, die Untertüle sind wieder aus, ne? Bitte. So, und jetzt hoch und hoch zünden, dann haben wir's. Ich bin so ein intelligenter Bursche. Ohne mich? Ohne mich hätten wir die geballte Ladung Action nicht geschafft. Beziehungsweise, da liegt ein Rohr, das ich gerne hätte. Ich will gerne ein Rohr verlegen. Na, also... Pau, kann ich das mitnehmen? Awesome. Da wird mir eine Schere dran gebastelt. Okay, wir können jetzt Nachkampfwaffen verbessern. Das ist... Das Gerät ist awesome. Ja. Ich freue mich, dass ich's dabei hab. Das wird mir auf jeden Fall auf den Arsch schreiten, hab ich das Gefühl. Dann raucht es. Nee. Erstmal müssen wir jetzt den Bill finden. Ich bin dafür, dass wir in Ruhe aufpassen. Hier könnten schließlich überall Infizierte sein in so'ner Großstadt. Das ist ja keine große Ehrendorf, aber... Tada! Ich hab' ihn gehört. Ich hab' ihn fixiert und gehört. Aber wo ist der? Was ist das? Shit. Ich würde die gerne rauslocken. Okay, da sind sie. Okay, weg, weg, weg. Ellie, 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 Ellie. Headshot. Weg, Mann. Wir halten zu viel aus. Pau! Scheiße, Joel. Ja, ne? Ein Schuss hab' ich noch mit der anderen Pistole sehe ich gerade. Okay. Die haben mehr ausgehalten. Beziehungsweise er hier. Ich hab' mich drauf geachtet, dass er eine Rüstung anhat. Das war ein Fail. Damit krieg' ich den Fail der Woche. Da hätten wir echt aufpassen müssen. Das hätte übel ausgehen können jetzt. Schön alles durchsuchen, hier die Häuser. Schließlich könnte hinter jeder Ecke ein Schatz auf uns lauern. Wie zum Beispiel Munition. Munition ist unser Lacht. Und was ist das Wichtigste? Vorhin noch auf dem Schwierigkeitsgrad, den ich spiele. Und zwar überleben, da ist alles sowieso noch viel schwerer. Da ich ja lauschen zum Beispiel nicht kann und damit die Gegner durch Wände sehe. Was ist los? Alles okay? Du bist so eine Pfeife. Klingt das wie Pfeifen? Warte eine Sekunde. Du feist, dein Pfeifen macht mir eher Angst. Oh, wir haben eine Notiz. Pillen, Notiz. Erinnerung. Mehr Pillen sammeln und ich muss mehr Munition beschaffen. Mir bleiben nur drei Wochen bis zur nächsten Lieferung für Tess. Okay. Vielleicht vom Billen eine Nachricht? Eine Schere. Nice. Ist echt aus. Wo ist unser Kofflingmenü? Hier maximal. Das ist unsere Fähigkeitenbaum. Heiltempo. Ich würde gehen ein Messer bauen. Mit einem Messer fühle ich mich besser. Und natürlich ein Medikid kann ich mir bauen. Freut mich. Was habe ich in der Hand? Okay. Was sind wir da? Kommen wir da rüber? Aber wir müssen doch hier durchgehen. Oh Mist. Ist von der anderen Seite verriegelt. Hier, hilf mir hoch. Nein, das kommt gar nicht in Frage. Na, ich heb dich nicht hoch. Wie sollen wir das sonst aufkriegen? Ja, okay, mach. Gut. Einzige Möglichkeit. Stell den Fuß auf. Liebt ihr auch noch so das Spiel wie ich? Ich finde das Spiel so super. Ich genieße das total. Deswegen lasse ich mir auch Zeit mit dem Spiel. Na raus. Vielen Dank für die Blumen. Neue Stange. Kann ich aber nicht aufheben. Okay, hier ist schon mal eine Stadt. Also, dein Kumpel hat ein Auto für uns. Ja. Und was dann? Ja. Dann suchen wir Tommy. Marlin, meint er, ist dein Bruder? Wichtiger ist, dass er mal ein Firefly war. Er weiß, wo du hin musst. Okay. Er lebt weit weg von hier. Deshalb brauchen wir das Auto. Ich sage mir, lieber gerade nebenbei Sachen. Deswegen gucke ich mich hier gerade um. Ah. Zeug. Oh, wunderschön. Hey, da. Zwerge. Ja, das sind Zwerge. Du bist so ein Zwerg. Mann, ich hatte ein Bilderbuch mit Zwergen. Ich fand sie immer so richtig niedlich. Warum hast du ein Bilderbuch mit Zwergen? Die machen mir Angst. Was? Feen machen dir Angst? Aber Zwerge nicht? Ich finde das eher umgekehrt. Da kommen wir rein. Aber ob es da so sicher ist. Ich bin dafür, dass wir schön die Läden alle durchsuchen. Man weiß schon nicht. Hier ist schon mal tote Hose. Ist echt nix? Ah, Nägel. Auch in der Theke ist nix drin. Ja, super. Nicht. Hier ist Sackgasse. Sackgasse. Ist zu. Ach, Mann. Es wäre schon Awesome City, noch ein paar Sachen zu finden. Ich brauche verdammt noch mal mehr Muni, ey. Und der Muni bin ich richtig aufgeschmissen. Vielleicht der Hinter noch irgendwo was? Tatsächlich. Die Fireflies waren ja überall. Ja, überall. Sie wollten das Land wieder so hinkriegen, wie es war. Vielleicht. Warum ist da so ein... Da ist irgendwas gespannt. Sieht aus wie ein Seil. Darauf bin ich jetzt aber gespannt. Da ebenfalls. Okay, gehen wir erstmal hier rein. Dorfbang. Okay, hier gibt es echt viele Sachen. Live-Konzert. Interessant. Gibt es ja auch irgendwelche Sachen, die man kennt. Die CDs eben ja. Das war ja auch schon so eine Art E-Sec. Eine Notiz. Die verdammt effizienten tauchen so oft viel zu nah beim Unterschlupf an der Kirche auf. Anscheinend muss ich die Primäre Schwachstellen mal wieder ausräumen. Nice. Das haben wir schön Sachen gefunden zum... Man, das ist echt traurig. Was denn? Diese Musik, die hier herum steht. Und niemand hier, der sie sich anhört. Blizzard Boys. Ich weiß nicht. Ich finde es schrecklich. Gut, Ellie. Ich würde sagen, wir gehen das mal weiter. Wobei mir gerade das Seil dahinten Sorgen macht. Oh, Mann. Happy Birthday. Was war denn das? Das ist eine von Bills Fallen. Na super. Da freue ich mich ja drauf. Mein Freund ist paranoid, oder? Na, das kannst du laut sagen. Und wie ist er sonst so? Er hat uns oft beim Sprungen geholfen. Er weiß wohl was geht. Mann, Mann. Du musst mir zeigen, wie das geht. Dann hoffe ich, dass wir auf der Suche nach ihm nicht rauchen gehen. Halt die Augen offen. Dann passiert nichts. Na, geht's nicht hoch. Hier ist Sackgasse. Ja, aber jetzt haben wir ein paar Sachen bekommen hier in dem Raum. Also, es nutzt sich eigentlich immer... Au, yeah. Es nutzt sich eigentlich immer, solche Räume aufzubrechen, wenn man Sachen zum Sammeln oder Reparieren braucht. Da will ich jetzt nicht lang. Da ist wieder so eine Falle. Pfeile. Hm, Bogen wäre jetzt echt nice. Dann hätten wir einen lautlosen Killer. Der Bogen ist so eine lautlose Waffe. Die kann richtig harte Vorteile bringen. Allerdings mit dem Bogen zu treffen, braucht man ein bisschen Übung. Sag ich mal Übung. Guck mal, ich kann ziemlich gut damit umgehen. Für Waffen bin heute ich zuständig. Tja, wir hätten beide Waffen. Als Absicherung. Vergiss es. Komm mit. Wer denn, ich brauche gleich diesen Balken da. Der Duft ist rein. Komm hoch. Okay. Ja, brauche ich. Ähm. Das Brett kann ich nicht nehmen. Ja, muss ich das Brett da nehmen. Oh, wir haben jetzt schon wieder weit gekommen. Haben viele neue Sachen bekommen. Viel entdeckt in der Missionswelt hier. Ich würde sagen, wir sehen uns zu einem nächsten Part wieder. Von The Last of Us Remastered. Und dann geht es wieder weiter hier. Auf der Suche nach Bill. Bis zum nächsten Part.